Du sollst mir jetzt ne Waffe geben und wir klären das. Ich geb dir hier gar nix. Kleine Schlampe. Wir sind in die Gefahr. Ja, was, hä? Was schlägst du mich? Komm doch! Ja, jetzt bist du leise, ne? Es ist Pech gehabt, wenn du mich schlägst. Das ist ein Arschloch.